Wir haben Seeadler und Fischadler und dann haben wir natürlich noch den Lieblingsvogel der Steinhuder Fischer, das ist der Komoran. Ein Komoran, das 400 bis 500 Gramm Fisch am Tag und zu Spitzenzeiten hat noch um die 3000, also wir haben über eine Tonne Fisch am Tag rausgeholt. So, wenn Sie rechts mal drauf achten, dann sehen Sie auch so hinter den roten Vogeln so Stöckern, was er steckt und da inzwischen sind Aalreusen. Also wir haben hier entstanden, wenn wir Reusen Fisch erreichen. Vielen Dank. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.